Und ich bin heute mal wieder nicht alleine, denn mit mir dabei ist, wie immer, der Ehrenwerte Uthwin. Ich müsste jetzt einfach mal nicht da sein, das wäre cool. Ja, wäre total cool. Richtig, da hätte ich mich jetzt hier komplett zum Obst gemacht und das wäre wirklich total cool, echt. Ja, also ich finde es lustig. Obwohl, stimmt, ich bin ja gar nicht da, dann kann ich es gar nicht lustig finden. Genau, also ein schönes Mololo in die Runde und ja, Staffelfinale heute, ne? Ja, Staffelfinale, richtig, Folge 100. Gut, rein technisch gesehen war die letzte die Folge 100, aber wir haben ja 99,5. Obwohl, hätte ich nicht die 99,5 gemacht, hätte ich beide Folgen in eine gepackt, aber das wäre halt so ein Zwei-Stunden-Schinken geworden. Wo ich mir dachte, komm, mach mal eine 99,5. Und heute gibt es die Folge 100 und da haben wir uns einfach mal gedacht, sind wir erstaunlich unexperimentell und spielen einfach mal zum krönten Abschluss noch mit unserem alten, eingespielten, klassischen Team. Und das sind jetzt Teuton und Böhm, ne? Genau. Oder hat es so eine andere Idee? Nö, nö, ist schon richtig so, Teuton und Böhm. Ich bahn mal ganz kurz hier ein bisschen was. Also ich habe jetzt einfach mal Arabien genommen, weil die anderen Karten sind schon ziemlich crap, muss man sagen. Oh, ein Hamburger. Alter, das Ding ist ja wirklich ein Hamburger. Die hat man, glaube ich, noch nie gehabt. Die hat man, glaube ich, noch nie. Man wird interessant, wenn ich das richtig sehe, wird man von dem Wald voneinander getrennt oder man hier seeseitig kommt man aneinander ran. Wollen wir es mal fokussieren und dann voll aufs Maul kriegen, weil wir nicht wissen, was die Taktik auf der Welt ist? Wir können ja auch zum krönten Abschluss mal mega random, obwohl das kann halt wirklich alles sein, ne? Ja, komm, weißt du, was machen wir mal mega random? Das könnte lustig werden. Zum Abschluss für ein bisschen was Chaotisches. Pass auf, das wird jetzt einfach so ein... Ganz ehrlich, wenn es ein kurzes Ding wird, dann machen wir einfach noch eins. Also ich finde, für das Abschlusshunder oder Special sollte schon eine Stunde gehen oder so. Ja, finde ich auch. Das sehe ich auch so. Also wenn es jetzt ein absoluter Quickie wird, in dem wir zu schnell gewinnen aus irgendeinem Grund oder die Gegner zu schnell gewinnen, dann machen wir einfach nochmal eine zweite Runde. Ja, ich finde, da ist so eine Stunde zum Abschluss oder so ist schon drin. Also, geht schon. Ich brauche ja auch was zum Homeoffice-Zeit totschlagen, also... Du brauchst ja auch was, um es von der Steuer abzusetzen, ne? Ja, genau. So sieht es aus. So sieht es aus, so sieht es aus. Ja, ich grüße alle in die Runde, die jetzt hier schon im Chat im Start sind. Hunter, Banter, Hass. Hier ist einfach hier ein, der Hass heißt. Einfach nur Hass. Einfach nur Hass961, guter Name. Das ist so der Augenblick, in dem alle Namen, die du eingeben wolltest, vergeben waren. Irgendwann denkst du, ja, Hass. Einmal nur noch Hass. Aber ohne Scheiß, was würdest du machen, wenn du dich jetzt in irgendeinem Online-Game oder so anmelden willst und du willst Udwin eingeben und Udwin ist aber schon vergeben? Was wäre deine zweite Wahl quasi? Hm. Hm. Gibt es ein paar Alternativen, je nachdem, was ich machen will und je nachdem, was für ein Game es ist? Udwin 2. Ganz ohne Scheiß. Es gab ein Spiel, da hieß mein Main Udwin und meine Twinks hieß, glaube ich, Udwin Junior. Der nächste hieß Udwinson. Udwinson. Und der danach hieß dann Udwinson Junior. Auch gut. Auch gut. Ich habe heute auf Instagram so eine Werbung gesehen von so Sauftrikots, also quasi Fußballtrikots mit irgendwelchen Saufnamen drauf. Allerdings so isländische Saufnamen zum Beispiel, gönn dir noch ein Son oder sowas als Namen quasi. So ein isländischen Schriftzeichen einfach. Ich habe mich bepisst vor Lachen. Ich habe mir überlegt, dass für meine Freizeitfußballmannschaft so diese Trikots. Oh ja. Milf Hunterson oder so. Der ist doch richtig geil, Alter. Das wäre ich. Milf Hunterson 69. Udwin kennt mich als Soul96 von YouTube. Okay. Soul96. Sagt mir tatsächlich was, ja. The real Udwin. Udwin 1. Udwin 0815. Ich meine, auf Twitch war ja Udwin schon vergeben. Deswegen heißt dort mein Account ja Lord Udwin, auch wenn ich da nicht streame. Und auch wenn du kein Lord bist. Bin ich, tatsächlich. Stimmt. Du bist bestimmt. Das ist cool. Er ist wirklich ein echter Lord. Das ist kein Scheiß. Ohne Scheiß. Das ist kein Scheiß. Ich habe mir ohne Scheiß ein kleines Landstückchen hier in Schottland gekauft. Und habe offensichtlich einen Titel Lord. Das ist richtig geil, Mann. Einfach nur... Mega, wenn du dir das in Perso schreiben könntest. Ich weiß halt nicht. Da müsste ich es wahrscheinlich nochmal persönlich auf meinen Namen machen. Ich habe ja wirklich den Titel Lord Udwin genommen. Wahrscheinlich müsste ich es da nochmal auf meinen Namen binden. Dass ich das noch machen kann. Wir haben jetzt übrigens Byzantiner und Maya als Gegner. Kassiber und allem. Okay, wir starten mit einem Beobachtungsturm. Boah, naja. Bestimmt ist es jetzt mega zufällig hier. Soll ich das noch reinkommen, Udwin? Als ob das ein Problem wäre. So war es noch nie. Das Schaf einfach... Das weiß, was auf es zukommt. Du darfst nur reale Namen anwenden im Perso. Ob das Lord oder Lady. Okay, verstehe. Genau deswegen meinte ich ja. Deswegen müsste ich das nochmal personenbezogen auf mich machen. Ich habe das einfach fürs Mimum gemacht. Aber ich meine, man kann aber auch Künstlernamen auf dem Perso mittlerweile mit festlegen lassen. Das könnte man ja. Das geht glaube ich mittlerweile. Aber das lustige ist, wenn ich meinen Künstlernamen schreibe, dann könnte ich ja tatsächlich meinen YouTube-Channel machen. Weil tatsächlich... Eben. Weil mein... Es ist tatsächlich so, dass Udwin eigentlich... Ich weiß nicht, wie ich das versaut habe damals, als ich mein YouTube-Konto eingestellt habe. Aber mein Account, den ich jetzt habe, ist kein Hauptkonto. Das ist ein Brand-Konto, also ein Zweitkonto. Und Lord Udwin, das wo mein englischsprachiger... Beziehungsweise, ja, mein englischsprachiger... Mein Zweit-Content läuft. Der, der Lord Udwin heißt, das ist eigentlich mein Haupt-Channel tatsächlich. Das wollte ich nie. Ich wollte es schon immer mal ändern lassen, aber es klappt nicht. Und da mein Haupt-Channel Lord Udwin ist, wäre es tatsächlich so, dass mein Künstlername sogar so wäre. Dementsprechend bräuchte ich den Titel nicht mal, aber ich habe es trotzdem gemacht vor Belolls. Der heißt ja in Perso Lord Lord Udwin. Lord Lord Udwin. Nein. Das ist wie mit Professor Doktor Doktor. Je mehr Lord dort steht, desto Lordiger bin ich einfach. Du bist ein Lordi einfach. Oh ja. Was für eine Strategie wollen wir eigentlich machen? Mach mal immer irgendwas. Nicht verlieren, das ist die beste Strategie, die ich jetzt nennen würde. Wir haben übrigens, by the way, Wasser hier so ein bisschen. Ich glaube, das ist so eine Seemap. Da ist so ein See in der Mitte wahrscheinlich. Ich nehme mich mal ganz stark an. Ich habe noch gar keine... Oh stimmt, das ist ja mega random. Ich sollte mich gar nicht darauf verlassen, dass wir hier eine Sau haben. Also eine habe ich. Eine habe ich gefunden. Das ist gar nicht mal so cool. Ah, ich habe auch eine gefunden. Nein, du... Alter, ich hasse das. Wirklich. Fünf gehen auf einer Schaf und der sechste geht auf ein anderes Schaf. Das ist aber was Besseres. Denkst du, du bist jemand ganz Tolles, ne? Ja, das ist echt so. Ich kann ein Schaf alleine schlachten ohne Hilfe von fünf anderen. Ganz toll bist du. Ganz toll. Ja, der Nächste. Der Nächste wollte es machen. Mann, wenn ich einen Galgen hätte, würde ich euch alle aufhängen. Guck, ist wirklich derjenige, dass ich so... So, wenn er Dorfvorsteher wäre, da... ...wirklich mit einer Armbrust da im Gebüsch versteckt und wartet, bis jemand diesen Fehler macht, ne? Wird einfach instant geahndet. Alter, was? Böhmische Strategie. Castle Age into Prager Frühling into sowjetische Intervention. Jawohl. Das klingt nach einer Strategie. Ding nach einer Böhmischen Strategie, ja. Hm. Zwei Nose-Shit, ich habe nur einen Bohr. Ich glaube, ich habe jetzt auch nur einen gefunden bisher. Aber ist nicht schlimm. Ah, ich habe das Haus vergessen. Nice. So, drei, vier. Hey, da haben wir jetzt auch noch ein paar... ...Mäß da unten. Das war... ...Räte. Hm. Das muss so was roh. Und der zweiten Rohr könnte sich natürlich alles ein bisschen verzögern. Also, ich gehe auf jeden Fall auf die Ziegen. Es sind dafür einige Ziegen am Start, ja. Böcke, Entschuldigung. Steinböcke. Zumindest ein paar habe ich auch gefunden, ja. Jetzt nicht die Welt, aber es ist durchaus was. Grundsätzlich ist das in Ordnung. Hm. Vielleicht klappt es ja trotzdem. Heiße, du oha. Ja. Holzer. Hey, ja. Heiße, du oha. Bereite. Das war... Bereite. Jawohl. Hey, ja. Das ist toll. Okay, wie war dein Tag heute? Ach, kann ich sagen. Gerade frisch in der Aufnahme gekommen. Also, bei mir war es auch ziemlich knapp tatsächlich heute. Äh, frisch in der Aufnahme gekommen für Stronghold Crusader, den Kreuzzugmarsch und so. Welche Mission hast du aufgenommen? Hast du meinen Vorschlag gelesen? Äh, ja, habe ich. Buh wäre. Ich bin gerade überlegen. Ich glaube, das war einer der Lust. Ich bin gerade überlegen, welcher es war. Kannst du mal kurz wiederholen? Ähm, ich hatte gesch... Ich hatte geschrieben, äh, ein Run, egal für welche Mission, wo du nur mit Only, äh, arabische Bogenschützen und Leitenträger spielst. Dann habe ich diesen Onlyfans-Joker gemacht. Ah, stimmt, stimmt. Nur arabische. Aber das größte Problem ist, als ich das gelesen habe, dachte ich mir, warum Leitert? Warte mal, das Problem ist, arabische Bogenschützen können keine Leitern hochklettern. Das ist tatsächlich so ein bisschen... Hm. Oh, echt? Das wusste ich gar nicht. Könntest du tatsächlich nicht? Stimmt, das war der, ja. Das wusste ich gar nicht. Okay, krass, na gut. Ähm. Hm. Ja, dann, äh, europäische Bogenschützen. Können wir noch Leitern hochklettern, oder? Die sollten können, ja. Das sollte eigentlich gehen. Okay, dann hast du jetzt ab sofort die Erlaubnis von mir, statt arabische Bogenschützen, europäische Bogenschützen zumal. Wirklich, danke schön. Und nur Leiterträger, aber keine Belagerungsgeräte, keiner, ähm, Katapulte, gar nichts, keine anderen Truppen, nur, nur Bogenschützen. Was grundsätzlich, ja, es kommt immer gerade auf die Mission an. Ich meine, die beiden habe ich heute schon aufgenommen, da habe ich ein bisschen was anderes gemacht. Aber ja. Ja, welche, welche Mission ist egal. Ich habe, das war einfach nur für irgendeine Mission, wenn es irgendwo sich anbietet. Das ist ein bisschen, ja, ich glaube, ich kriege es schon irgendwann, also es ist gar nicht mal so leicht hier zu schauen, wie ich abgetrennt kriege, also wie wir hier gescheit, Vault. Vault? Ja. Hm. Ja. Ja, das wird witzig. Ja, schauen wir mal, was das hier wird. Keine Ahnung, was das für eine Map ist. Na, das ist ein bisschen der Sinn von Mega Random, ne? Immer wieder eine neue Überraschung. Ich mag keine Überraschungen. Nee, wirklich, ich mag wirklich keine Überraschungen. Ich habe es lieber, wenn mein Leben ganz strikt geplant ist. Nein, ich habe die Kaserne vergessen, ich bin so dumm. Okay, das ist echt eine Map, die wirklich in der Mitte einen See hat, einen großen. Ja, fuck, ich habe jetzt halt gar nicht drüber nachgedacht, äh, über, über Fischerei und so ein Kram. Oh, sch- Ich, das, das habe ich gar nicht gedacht. Jetzt, wo du sagst, stimmt, wir haben, äh, 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 äh. Mal stimmt, wir sind ja Masse, ich könnte ja Fisch machen. Oh, man. Habe ich auch gerade gar nicht drüber nachgedacht. Da bin ich ja jetzt lost. Oh. Hi. Das waren ja Maya, Maya, und gerade mir gegenüber, das ist ja uncool, ein Bogenschützenvolk zu haben als Gegner. Äh, nee, überhaupt nicht. Bei den Byzantinern kann ich immer noch auf die Schießpulver-Einheiten gehen, glaube ich. Boah, okay, alles klar, ich bin im Arsch, Mann. Kommen die zu dir, oder was? Nee, aber ich bin gerade mit seiner Base und ich sehe uns relativ viele Scouts und, ähm, Lanzenträger und ich habe gar nichts, ich habe keine einzige Einheit, Mann. Ja, der kommt jetzt zu mir, ich bin am Arsch, Mann. Ah, mit Scouts? Nein, 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 ich bin so dumm. Ich meine, du hast einen Sperrträger und du könntest jetzt ganz kurz das Dorfzentrum besetzen. Ja, ja. Ich komme mal mit meinen Scouts runter. Ja, nee, jetzt. Ich weiß auch nicht, ich bin jetzt voll im dritten Gang gefahren gerade. Ah, das ist schon wieder lost, Mann. Das ist so schon, das ist so wieder so richtig lost, Mann. Ich habe schon gar keinen Bock mehr, Mann. Ja, rete. Stimmt, ganz vergessen, ah, ne? Ja, ja, Fischere. Fischere? So geil, Alter. Oh, du kriegst den gerade ganz gut. Weißt du was, ich mache mal bei ihm einen kleinen Besuch. Mach das mal. Ich habe kein Holz mehr. Hey, Sir, bereit, dass ich soll. Hey, ja. Äh, Alter. Ich mache nicht viel zu Fafgold. Ja, Holzer. Hey, ja, Holzer. Was macht ihr denn da? Lell. Ich weiß nicht, ob ich den dort echt abgewehrt habe, jetzt mit einem Sperrträger, das kann ja wohl nicht wahr sein. Er hat wahrscheinlich echt nicht aufgepasst, kurz. Ich mache bei ihm gerade, ich glaube, der hat keinen Loom. Ich mache bei ihm gerade ein paar Dorfruhene weg. Ja, gerne. Ja. Das lief gar nicht mal so schlecht. Ich bin ein Gastfreundlicher Mensch, ja. Ich habe das Tor extra aufgemacht für den Mann. Oh, ja, da die keinen Loom haben, weil die gerade übelst weggemäht. Ähm, hier bitte und da bitte. Ja, das hat einfach mal ihm alles an Dorfbewohnern gekostet für sein Holz. Ich habe gerade ziemlich viel Schaden bei ihm angerichtet, bei dem Dude. Das ist nett, danke. Dann war das jetzt ausgleichende Gerechtigkeit. Tatsächlich, ja. Boo-Were, Boo-Were. Hm. Ah, ein paar Bogenschützen hat seinen Verwendeter rübergeschickt. Ja, die sind gerade ein bisschen defensiver beschäftigt anscheinend. Sagen ich jetzt hier rumreite und ein bisschen Terz mache, haben wir wahrscheinlich ein bisschen unsere Ruhe. Das ist ja schon mal was. Irgendein Plan. Nicht wahr. Einen guten Plan. Sehr guter Plan. Ich weiß, dass ich hier nicht gewornt habe, weil ich gerade kein Holz hatte. Ah, Mist. Jetzt sind sie. Jetzt sind sie down. Aber ich denke, du hast da jetzt ganz gute Zeit und Lust verschaffen. Ich sollte ganz gut da... Ja, das ist toll. ...Terts gemacht haben. Boo-Were, Boo-Were. Okay. Ja, Holz ist eigentlich gut genug jetzt. Tertunen machen extra günstig Felder. Wollen wir auch mal gleich weiter ausnutzen. Oh Mann. Irgendein Nachbar oder so kocht hier gerade richtig geiles Essen, Mann. Hier riecht es gerade so geil. Oh, damn, Bro. Erstmal mit so einem leeren Teller rüber gehen und fragen, wo dein Anteil ist. Ich bin hier, um den täglichen Tribut einzuzahlen. Die Steuern sind wieder völlig. Schon wieder. Wir haben doch schon gestern gezahlt. Ja, und morgen komme ich wieder. Richtig. Nein, die Steuern bleiben die gleichen. Das ist die Intervalle werden kurzer fürs abholen. Ja, so muss es sein. Ich schicke jetzt mal so ein Fischerboot hier über diesen See, um einfach mal umzuscouten. Jetzt fahren wir über den See, über den See, jetzt fahren wir über den See. Der hat sich ziemlich eingewollt. Ich stehe wieder rum, Alter, und macht nichts mehr. Arbeitsverweigerung. Alter, ich gehe jetzt mit 33 in dritter Zeit. Das ist so traurig. Anyway, ich mache jetzt ein paar Bogenschützen. Ein Holz. Es fehlt uns am Holz, Hamilord. Hm. Da hat er ein paar Archerlein. Hat er Cross-Bus? Nee, der Cross-Bus hat er ja noch nicht. Nee, hat er noch nicht. Jede Menge Sperrträger, aber die sind am falschen Ende. Deine Hauskette. Ah, schade. So, aber die, die, offenbar sind die überhaupt nicht auf Fisch gegangen, oder? Scheint nicht so, ne? Kann das sein? Die haben gar keine Hilfe und so. So, ich habe jetzt irgendwas an sein Wirtschaftszeug bekommen. Ich dachte, ich wäre der Einzige, der nicht auf Fisch gegangen ist. Ich, ich habe jetzt, ich habe zumindest ein bisschen was, aber die Gegner haben es wahrscheinlich auch komplett vernachlässigt. Ich nehme an, die waren da eh nicht planlos wie wir und wir. Sollten ja auch mal bedenken, dass wir jetzt auch nicht immer nur Gegner haben, die sofort instant wissen, was überall sofort zu tun ist und nur wir die Einzigen sind, die keinen Plan haben. Das haben wir auch schon anders erlebt. Ja, das stimmt eigentlich auch, oder? Das haben wir auch schon anders erlebt. Junge, als ob ich der Erste bin, der Ritterzeit ist insane. Gut, die anderen haben sich auf jeden Fall derzeit sehr im Militär geschert. Sharing ist sharing. Dann muss ich das jetzt ausnutzen. Hm. In echten Gelegen, ob ich ein kleines bisschen Sehdominanz walten lasse. Ich mache mal ein Du plus Stabos. Klingt lecker. Ich werde jetzt gleich mal einen kleinen Vergeltungsangriff gegen Rot starten. Mhm. Ja. Ich wünsche dir viel Glück. Dankeschön, dann werde ich... Hoffentlich werde ich das haben. Glück. Alter, der hat so gut zugewollt. Da komme ich... Wobei, warte mal, hier kann ich durchkommen. Über das Wasser. Hehehe. Ich glaube wirklich mit so einer kleinen... Obwohl, die haben ziemlich clever sogar das Wasser zugewollt. Nee, haben sie gar nicht. Ach so, der... Okay, hier bei dir, ja. Der... Der Gelbe hat es ziemlich clever gemacht. So, wie hat denn der das gemacht? Ey, was hat denn der da gemacht? Wie hat denn der das gemacht? Hast du das Eis dort abgebrochen? Kann man das da... Ah, nee, warte mal. Hier gibt es ja einige Stellen tatsächlich, wo das Eis weg ist. Wo es kein Eis gibt. Wo man direkt das Land am Wasser abschließt. Okay, ich verstehe. Alter, wie geil das hier gerade riecht, Mann, ey. Oh mein Gott. Guck, kommt nicht drauf klar. Ich komme gerade überhaupt nicht drauf klar, Mann. Also, ich habe ja, ähm... In der alten Wohnung, wo ich war, habe ich auch manchmal was gerochen, aber das war eher Gras. Das war eher Gras, was ich dann da gerochen habe. Oh, ich bin da overchopped. Oh, das tut mir jetzt aber gar nicht leiden, Mann. Ich stech dich ab, du Sauer. Guck, er heute wird in seiner sehr menschlichen Phase. Ja, also er hat angefangen zu stänkern, hallo. Oh, oh, guck mal, der hat ganz schön viele Armbrustschützen, der Bruder. Ah, das ist ein gelber Verbündeter, ja. Aber ganz ehrlich, wie zu lange die hier sind, gucke ich mal beim Gelben vorbei. Ich habe jetzt ein paar Neids. Genau. Ja, das war jetzt die Erkenntnis, die ich extra für dich gesammelt habe. Michi Keks Monster, grüß dich. Wilder Name. Gott, ich habe voll vergessen, durfte ich ohne dazu noch nicht, du lieb. Okay, ich ziehe mich da jetzt mal zurück. Ach, du Heiliger, das sind ein paar... Das ist schon fast so, als hätte er sich darauf vorbereitet, dass ich mit Teutonen auf Ritter gehe. Wer hätte gedacht, dass es diese Erkenntnis gibt. Ich mache das zu wissen. Aber der wird, der wird aber wirtschaftlich ein bisschen schwächer sein dann. Das sind aktuell nur Sperrträger, die kriege ich eigentlich da um. Eine hübsche kleine Base hier gebaut. Hübsche Base. Die besitze ich. Ich will halt... Oh, es macht trotzdem Aua. Mist, ich dachte, ich kriege die Sperrträger weg, bevor er sie zu Pekinieren upgraden kann. Was? Das war doch nicht ganz so effizient, wie ich es erhofft hatte. Oh, seine Sperr mache ich trotzdem weg. Ich sehe da keinen Stich. Oh, da sind die Pekinieren... Da sind die Pekinieren. Aber... Ähm... Den Einzelnen kriege ich auf jeden Fall weg. Ich überlege jetzt doch mal ein bisschen auf Kriegsgadean zu gehen. Ein bisschen jedenfalls. Ja, ich habe zumindest auch mal eine. Ganze sogar. Wow. Ah, ne, da drüben ist noch eine. Da habe ich zwei. Oh, damit kriege ich vielleicht sogar die Reliquie hier. Ja. Das machen wir nach dem Match jetzt. Wir wollten nochmal ein zweites DDR-Mauer-Special nochmal probieren. Das hatte beim letzten Mal irgendwie so semi-gut geklappt. Was war der Vorschlag? Du hast es vorgeschlagen. Achso, ne, ich dachte... Weil irgendwie... Ich dachte, es hat irgendjemand gerade geschrieben, so... Inni, es hat jemand gefragt, was wir danach noch machen haben. Achso. Ja, jetzt greift er mit seinen Armbrustschützen an, ne? Räuchte ich ein paar Plänkler. Okay, der Gelbe wird jetzt Beef machen. Beef Jerky. Geil. Haha, aber ich habe eine Galere, Bitch. Oh, der hat eine Feuer-Tree-Riemen. Der Rot hat Feuer-Kram. Feuer-Tree-Riemen. Feuer-Tree-Riemen, okay. Besiegt er dich auf dem Wasser? Äh, ja. Okay. Ich hatte nur eine, ich hatte nur eine Galere, also. Der wird jetzt hier meine Fischerboote und meine Häfen hier. Ja, ihr habt nur zwei, aber... Ich nerv den gleich ein bisschen mal. Ja, komm, nur her. Ja, lock den weg. Perfekt, ich bilde gerade noch zwei, zwei Galere aus, ja. Es scheint gerade abgelenkt zu sein. Löt sich gerade mal aus. Hey, ja. Hey, ja. Hey, ist es? Ja, das war... Ja, du wäre... Ja, du wäre... Okay, danke dir. Danke dir schön. Ich bau jetzt mal hier eine Verteidigungsburg, falls er nochmal kommt, damit sein. Brustschützen. Seinen Brustärmeln. Ich habe ein bisschen Angst, dass er sich hier im Hinterland aufbaut. Dort, wo ich es nicht merke, das wäre ärgerlich. Ja, das war... Aber dann mache ich hier mal zu. Damit er auch unseren Trait nicht stören kann, hier. Na, da noch das Upgrade, da noch das Upgrade. Hey, ist es? Ja, das ist so. Ja, ja. Ich kriege richtig viele Reliquien hier zusammen. Hey, ist es so? Ja, da sind sie ja, die Kameraden. Ja, kommt mal ran. Ne, ne, guckt euch näher. Kommt euch näher. Wir haben was für sie vorbereitet. Wir haben was für sie vorbereitet. Das ist halt echt so. Jetzt hat er die Schützen auch dabei. Ach, guck. Sind da ziemlich viele Ambuss-Schützen gerade? Das sind viele Ambuss-Schützen, ja. Okay, dann gehe ich jetzt den Rotmähler nerven. Aber Ambuss-Schützen plus Pekingiere, das schreit eigentlich nach Plänklern. Plänkler... Und bei mir schreit es vor allem nach Chemie. Plänkler plus... Schwertkämpfer tatsächlich. Beziehungsweise Plänkler plus Totonic Knights eventuell. Das wäre eigentlich auch eine Idee. Definitiv mehr Holzer. Mal gucken, was meine kleine Delegation hier bewirken kann. Bei Rot. Ja, die Rasur von Utwin hat den Roten echt am Anfang wirklich zu hart zurückgeworfen. Das sehe ich auch so. Oh ja, das war der Plan. Dieser eine arme Plänkler, alter. Der kann ja mir schon echt leid tun, ja. Holy moly. So, jetzt gehen wir Imperial. Imperial Fatal. Ich meine, ich habe jetzt seine ganzen Helipadiere weg. Der Rote ist irgendwie gerade wirklich jetzt auf Rasur aus, also... Oh, der baut ich hinten... Ah, der Uni, alter. Alter, okay. Einige Dorfzeilen hat er auf jeden Fall am Start, der Bruder. Aber ich habe jetzt so viele Dorfbruder hier nochmal abgekillt. Okay, das war auf jeden Fall ein erfolgreicher Angriff. Okay, der hat echt noch meinen... Oh, dieser miese... Miesos Kokos, ey. Miesos Kokos. Warte mal, ich schicke dir mal... Achso, du hast ja schon Gallean. Okay, ich schicke dir mal noch welche dort. Noch zur Unterstützung. Dann ist zwar auch noch einer, aber er rennt nicht weg. Ich brauche es einfach nur genug. Das wird schon werden. Wenn nicht, dann wird es wohl nicht. Ein Mann der weisen Worte. Richtig. Was ist denn jetzt ernsthaft? Ein Mönch, der meine Schiffe bekehren will. Aber sonst geht es wohl noch zu gut hier. Cool, dass das geht, theoretisch. Ja, das geht grundsätzlich, ja. Nicht gut. Das ist jetzt nicht in deinem Kontext, aber ja, ich... Ah, es fühlt sich gut, wieder die Böhmen zu spielen. Es fühlt sich richtig an, Otvan. Es fühlt sich einfach... Findest du es wirklich eine gute Strategie, Kurgat, deinen Marktplatz als Wall zu verwenden? Ich denke, ich denke nur an die eigene Strategie, die du immer verwendet hast, wenn du das gesehen hast. Die Sache ist, ich habe zuerst die Mauer gehabt dort und, ähm... Aber ja, ich mache da mal ein Woll hin. Ja, die Sache ist, der Steinwoll ist später entstanden wird. Ah, ja. Ja, das war... Bereit, dass ich soll. Ja, heisse, ja. Ja, bereite, dies war... Heisse, ja, bereite, ja. Heisse, dies war, heisse, ja. Also, ich rück jetzt beim Roten langsam rein. Mhm, heisse, ja. Ja, dies war... Alles klar. Alter, wenn ich gerade angucke von dem... Ja, wir sind von Punkten ja übelst voran. Heisse, das ist so. Liegt das dran, dass wir... Äh, es liegt dran, dass wir im sind, wahrscheinlich. Ja. Meine Moral war am Anfang schon direkt gebrochen, muss ich sagen. Bereite, bereite, Hover. Nein, der hat sich doch wohl da. Ich müsste auch mal mehr schicken. Bereite. Ja, das ist toll. Hm. Belagerungsingenieur. Verstehe. Danke, Tobi, für den Tipp. Ja, die geben dir extra Reichweite für deine Belagerungswaffen, ja. Durchaus praktisch. Habe ich da jetzt Monks dabei? Geil, da versuche ich jetzt mal, die Reliquie zu snacken. Ich habe eine Balliste dabei. Die reißt es raus, sage ich dir. Hey, ich habe auch alles da am Start gerade. Ich habe Ballisten-Schützen, Handkanoniere, Plänkler, alles dabei. Mönche, alles am Start. Und ich habe jetzt auch gleich vier Reliquien. Ich habe aber nicht mal Grids in der Schmiede, Lull. Hey, ist es? Ich finde es interessant, dass der Gelbe gar nicht unten hilft. Aber da war schon... Doch, doch, der hilft dir. Jetzt hat er ein paar. Also er hat dort halt eine helle Badiere, hat er dort halt. Aber... Warte mal, ich halte es für keine gute Idee, meine Triebocke da ungeschützt zurückzulassen. Ja, das war klar, dass das passiert. Kommt schon, bewegt euch! Das sind zwar nur Plänkler, aber trotzdem. Und du hast wirklich einen Mix von allem, ne? Wahnsinn. Ich habe echt einen Mix von allem, ne? Sollen wir mal hier upgrade das Belagungswaffen-Nacken? Boah, die nehme ich jetzt richtig in die Mangel hier, Alter. Geil. Ich lasse den gerade noch ein bisschen in den Spaß. Ich bin jetzt bei mir fast auch bereit zum Zuschlagen, aber... Oh Mist, ich kann gar nicht. Du lädst deine Faust noch auf. Genau. Aber wie laut willst du mit deinem scheiß Motorrad hier noch vorbeifahren, Mann! Das ist wahrscheinlich so, dass das ein typischer Auspuffstecher wäre, oder so? Solche Proleten kotzen mich ja nicht. So Stadtrundenfahrer halt. Ich muss hier mit 180 durch die Einwohnerzone reisen. Okay, jetzt habe ich einmal nicht aufgepasst. Alter, wie der halt wirklich so acht, neun Militsoldaten dabei hat. Wer erstmal Militsoldaten raushaut und die hat zu upgraden, ist auch nicht schlecht. Ich lasse immer noch ein bisschen den Spaß da. Dann will ich zwei, drei Bocker retten. Sack zumachen kann ich dann immer noch. Komm, ich lasse mir mal die Option frei. Hey, ja, in der Luft kommt. Hey, ja, in der Luft kommt. Hallo, Caradus. Ja, hey, Sir. Das Holz ist echt knapp hier. Hey, ja, bereit, ja, hey, Sir. Hey, ja, das war, das ich soll. Ich sammle jetzt mal ein paar Hussiten wegen hier rein. Alles klar. Oh, das ist auch eine schöne Stelle hier. Und auf Zentrum. Ja, da kommt ein bisschen was. Komm, mach ich mal. Es gibt A-Schiffe hier. Oh, Lull. Ich hab ja hier noch Truppen, die überall rumliefen. Das hab ich gar nicht gecheckt. Geil, Alter. Ich bin grad, ich könnte auch noch ein ganz bisschen aufklären. Da unten ist noch ein bisschen was frei. Obwohl, im Moment, das kann auch ein Mensch machen. Die haben eine schön hohe Sichtweite. Sie richten auch sehr weit. Sehr weitsichtig richten die. Richtig. 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 Ich werde jetzt trotzdem abgewehrt, ey. Herkommt jetzt her mit euren Bogenschützen, ich mach euch jetzt alle fertig, Mann. Gott, ich hasse euch. Wir müssen weg. Entschuldigung. Wir müssen weg. Entschuldigung. Wir haben es eilig. Schönen Tag noch. Mir ist gerade ganz dringend eingefallen. Ich muss noch wirklich, ich habe einen sehr dringenden Termin noch. Ich habe noch was im Backofen stehen. Mein Hamster hat vergessen, die Pflanzen zu gießen. Ich habe vergessen, mein Hamster zu gießen. Oh Mann, jetzt hat er sich das eingebaut, die blöde Plunze. Gott. Oh, Plunzus Maximus, ey. Plunzus Maximus, ja. Alter, stell dir mal vor, du gibst dir in Trebock, manche habe wirklich die Order, fünf Meter vor der Mauer den Trebock aufzubauen und drauf zu schießen. Ja, habe ich aber gerade echt gemacht, Mann. Okay, wir machen einfach einen Sack zu, dann machen wir noch eine Runde danach. Okay. Ich habe das gemacht, weil es ging. Der hat sich auch eingebaut, meine Güte, Alter. Hallo. Gut. Ach, ne Burg. Frechheit. Junge, die böhmische Streitmacht rückt vor, Alter. Ich habe hier echt noch, es wagt Armbrustschützen zu sammeln. Jetzt eigentlich bist du es, es wagt, ne? Warte, aber das habe ich jetzt nicht verstanden. Gab es mal Momente, in denen ihr wirklich eine saudumme Begründung bzw. Ausrede geliefert habt? Wenn ja, welche? Boah, das ist eine interessante Frage, Uthvin. Hm. Besonders saudumm. Da müsste ich wirklich überlegen, wie viel ihr es jetzt spontan nicht ein. Ja, der Gelbe ist raus. Ich müsste jetzt auch überlegen auf Anni. Das ist echt eine verdammt krasse Frage. Könnte ich jetzt gerade gar nicht aus der Kalten jetzt beantworten. Aber es gab bestimmt schon Momente, wo ich irgendwie, als Kind oder so, wo ich irgendwie, was hatte ich mal gehabt? Ich habe gesagt, ich konnte irgendwann mal bei einer Fahrradtour nicht mitmachen und hatte einen Tag zuvor das Wort gelernt, Kreuzbandriss. Und ich wusste aber nicht, was das ist. Und ich hatte irgendwie mit harter Hinternweh und ich habe gesagt, ich kann bei der Fahrradtour nicht mitmachen, weil ich einen Kreuzbandriss im Arsch habe oder so. Keine Ahnung. Ähm, ja, alles klar. Keine Ahnung, Alter. Übrigens, wenn du dir mal das Game anguckst, Kurga. Das war wirklich, also am Anfang habe ich wirklich gedacht, die konnten echt gut mit uns mithalten. Erst im Endgame haben die übelst nachgelassen. Aber wenn du anschaust, bis Ritterzeit hin, waren die uns sogar überlegen zu einem gewissen Punkt. Das ist okay. Ich nehme mal an, ich habe den Roten halt einfach rausgenommen. Du siehst beim Roten, kurz nach Feudal, wie er eingeknickt ist. Das ist, als ich ihm die Dorfbewohner weggemacht habe. Das hat wahrscheinlich wirklich so einen Kettenrauchereffekt bei ihm ausgelöst. Also so ein Schneeballsystem. Äh, weißt du schon. Kettenrauchereffekt, Alter. Es hat einfach wirklich so einen Schneeballeffekt ausgelöst, dass er überhaupt auf keinen grünen Zweig mehr kam. Weil ich glaube, ansonsten hätten die echt noch mit uns mithalten können. Es ist nicht mal, dass sie so schwach waren. Die haben bloß im Endgame nachgelassen. Entweder weil sie sich so stark... Ja, ich glaube, ich weiß warum. Der Rote, weil ich ihm früh die Dorfbewohner weggemacht habe und es ihm einfach nachträglich geschadet hat. So Schneeballmäßig. Und der Gelbe, weil er zu früh, zu stark auf Militär gegangen ist. Schau dir mal sein Militär-Wirtschaftsverhältnis an. Der hat einfach viel zu früh übelst overcommitted. Wahrscheinlich wegen meinem frühen Angriff mit den Reitern hat er, glaube ich, übelst schnell einfach nur Militär gepumpt. Das fand ich halt auch so krass, dass er super viel Militär hat. Mir war das dann auch schon irgendwie klar, dass er dann irgendwie ganz stark Probleme mit Wirtschaft kriegen wird hinten raus. Das habe ich mir auch schon so gedacht. Aber ja, du hast mir da echt den Arsch gerettet, Alter. Sonst hätte der Rote mich wahrscheinlich überrannt. Das ist halt auch wieder so ein typischer Fall von einem Spiel. Das sah jetzt um einiges einfacher und eindeutiger aus, als es letzten Endes war. Weil hätte ich am Anfang jetzt nicht mit den Scouts da ausgeholfen bei Kurga oder da beim Roten mich entschieden, da reinzugehen, das hätte ganz anders ausgehen können. Weil am Anfang hatten die wirklich die Überlegenheit. Und hätten die dann nicht so umreagieren müssen, hätte das vielleicht ganz anders aussehen können. Okay. Gut, dann noch eine Runde, würde ich sagen. Eine geht auf jeden Fall noch. Da, so 40 Minuten, da können wir auf jeden Fall noch eine machen. Für das 100er Special, das kann locker eine Stunde gehen. Ich wollte gerade sagen, das ist ja hier... Dann machen wir uns noch eine auf Arabien, würde ich sagen. Jetzt hatten wir sowas Besonderes auf Mega-Random. Es sei denn, du hast noch mal Bock auf Mega-Random. Nö, nö, das ist okay. Also Arabien wäre ich jetzt auch noch mal dabei. Das ist so... Alles klar. Sehe ich uns. Der Chat schreibt gerade hier, was haltet ihr von der Kombo Spanier-Burgunder? Und im Imp gibt es die Glut aus... Flut aus Villagern, beziehungsweise Flämisch-Millicher. Könnte man als Special danach nochmal machen. Das könnte man irgendwann noch als Special machen. Oder sollten wir doch irgendwann nach Folge 100 nochmal weitere Duo-Ranks machen wollen. Aber erstmal belassen wir es dabei. Genau. So, ähm... Achso, warte mal, ich bann noch mal hier. Es sei denn natürlich, das war ein Befehl, ne? Es gibt ja wirklich einige Leute, die irgendwie haben die so die Vorstellung, dass die Vorschläge, die sie machen, kein Vorschlag oder ein Tipp oder ein Wunsch ist, sondern ein Befehl. Es gab irgendjemanden, der öfter immer wieder geschrieben hat, hier Doppel-Kamel-Kombo, wo immer schon eine gemacht haben. Und weil wir es jetzt noch nicht dazu kamen, ich hatte es immer im Hinterkopf, dass wir es vielleicht nochmal machen. Und jetzt vor kurzem hat er dann so geschrieben, wie wäre es denn mal mit Kommentaren lesen? Ich habe gesagt, Doppel-Kamel-Kombo! Wo ich einfach denke, Alter, ja, chill mal, was ist denn hier los? Ja, und wie wäre es denn mal mit Kommentaren lesen, ne? Das ist einfach so. Okay, alles klar, natürlich. Entschuldigung, ich habe ganz übersehen, dass es ein Befehl war, meine Güte. Da würde ich, wenn ich auf deinen Kanal Zugriff hätte, würde ich dann einfach in deinem Namen antworten, wie wäre es denn mal mit Fresse halten? Ja, stimmt, wir haben ja vor kurzem rausgefunden, das war so ein typischer Fall, wo du einfach in meinem Namen antworten würdest, ne? Das ist echt so. Wir haben vor kurzem rausgefunden, dass man so Kanal auch teilen kann mit anderen Leuten und zum Beispiel, dass Kuga mich als Verwalter mit einsteigen kann. Und ich kann dann wirklich im Namen von RBG Kuga quasi antworten. Also ich kann dann antworten, da steht noch nicht mal drauf, dass es von mir kam oder so, da steht dann wirklich RBG Kuga, obwohl ich den Kommentar verfasst habe. Und da kann man wirklich so machen, dann plötzlich sagen wir, wie wäre es mal mit Fresse halten? Das würde ich so fühlen, Alter. Das würde ich so fühlen. Ah, schön. Bezüglich Doppelkamel haben wir ja schon eine gemacht, eine Kombo. Ich weiß nicht, da gäbe es vielleicht noch ein paar andere lustige Kombinationen, aber das wäre vielleicht auch für irgendwann mal. Also ich glaube, es gibt noch einige Möglichkeiten, die wir noch lustig ausspielen könnten. Sollten wir jemals mal weitermachen über 100. So bis zu 110 dann irgendwann mal. Aber jetzt haben wir erstmal ein paar andere Sachen geplant. Doppelkamel-Kombo, die haben dann vier Höcker, Junge. Vier, Alter. Jawohl, ey. Crazy. Ja, erzähl, warte. Ja, also eins kann man schon mal sagen. Jetzt nach dieser Folge gibt es noch ein Special, bei dem wir unser Guten und Franken... Was ist das? Wir kämpfen gegen Bots. Ah, shit. Obwohl, das eine könnte ein Geburtsdatum sein. Ja, du wärst du? Hälfter, erster... Ne, dann nochmal. Irgendwie ist es noch eins dazwischen, aber 1998 erkenne ich auf jeden Fall raus. Es ist das erste Match, was wir gegen Memestreads gemacht hatten an dem Tag. Das ist jetzt quasi nochmal so eine Art Vergeltung oder so. Das wäre schön. Ne, wär's nicht. Aber ja, wir machen so ein separates Special dann noch, was nicht Duo-Ranked ist, sondern einfach gegen die KI, damit wir mal gescheit nochmal unser DDR-Special machen können, ohne Leute, die uns hier die wunderschöne Mauer kaputt machen, bevor sie wirklich intended ist einzureißen. Richtig. Da ist halt die Frage, was für ein Schwierigkeitsgrad nehmen wir denn an. Ich kann das gerade gar nicht mehr einschätzen. Wir hatten mal so eine Phase gehabt, wo wir immer gegen KIs gespielt haben und immer stärker werden die KIs, um uns quasi selbst zu challengen, aber irgendwann war es halt so. Ich glaube, wir hatten mit Tim, hatten wir das mal geschafft, so eine harte und eine schwere zu machen. Aber ich weiß jetzt nicht mehr, ob ich heute noch eine sehr schwere schaffen würde. Also extrem ist auf jeden Fall komplett aus dem Spielerbaum ganz gar nichts zu unterhalten. Also vor allem nicht gegen zwei, es sei denn, wir machen nur eine einzige. Gegen zwei würde ich sagen, sehr schwer wird schon arghaarig. Die Spanne zwischen sehr schwer und extrem ist gar nicht mal so hoch. Ich würde sagen, schwer wäre eine Idee. Da könnte man, denke ich, mal machen gegen zwei. Entweder machen wir gegen zwei schwere oder eine extreme. Eins von beiden würde ich mal vorschlagen. Schauen wir mal, machen wir uns gleich drüber Gedanken. Jawohl. Also schwer solltet ihr gut packen. Okay, gut, wenn der Chatters empfiehlt, dann wäre ich sehr ehrlich auch bei schwer. Wie bei der Morrigan-KI, ne? Ja, das sollte ich eigentlich halbwegs hinbekommen. Achso, kein Problem, natürlich. Gegen zehn Morrigan-KI, das schafft er easy. Ja. Das ist dein GGE, also für die KI. Ja. Diesmal habe ich das Haus gedacht. Ja, Jägere. Das war Jägere. Ja, Jägere. Jägere. Das war Jägere. Ja. Ja, Jägere. Bereite. Ja, Jägere. Das ich soll. Ja, Jägere. Ja, Jägere. Ja, Jägere. Oh, Shiitake. Jetzt weiß ich mich vergessen. Zwei schwere KIs sollten klappen, weil wir eh eine schlechte Wirtschaft haben. Das sollte also ein guter Ausgleich sein. Ja. Ja, klar. Natürlich. Du Spass. Ach, Entschuldigung, war mein Mikro gar nicht gemutet. Das wäre ein Punkt. Ein dummer Hurensohn. Oh, 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 ich meine. Ähm, hey. Wie schön, dass du geboren bist. Ich hätte dich eh nicht vermisst. Tscheputarevo. Budjes. Holzer. Danke für diesen Beitrag. Nein. Guck mal. Das war knapp. War es denn jetzt schon wieder? Ich hätte fast... Scharf oder was? Oder was mit dem Bohr oder was? Nee, nee. Ich hätte... Ja, genau. Ich hätte die alte fast ins Bohr rennen lassen komplett. Aber das hat zum Glück geklappt. Sieh mal, ob ich jetzt so folge. Das reicht mir erstmal. So, meine Berries hier. Okay, Steve behauptet, dass er die Morrican KI schon mit mehreren Völkern besiegt hat. Beim nächsten Mal versucht er es gegen zwei. Cool. Nice. Ich glaube, wenn ich mich da jetzt wirklich drauf voll fixieren würde, würde das bestimmt auch gehen. Also ich weiß ja, zu Zeiten, wo ich ja wirklich in meiner Prime war quasi, habe ich ja gegen die extreme KI geübt. Sowohl rasch als auch sogar Boom später. Also da war ich dann wirklich ein bisschen auf Zack, aber davon bin ich jetzt auch wieder entfernt mittlerweile, ist er auch wieder eingerostet. Du gerade gesagt hast, wo du in deiner Prime warst, da stelle ich mir gerade vor, wie du so ein übelst durchtrainierter Dude bist, der so Bizeps à la Oberschenkel hat oder so. So übelst, ne? Einfach so mit einer Hand Age of Empires spiel, mit der anderen immer die Handel in der Hand und dann immer abwechselnd, ne? Genau, du hebst nicht die Handel, du hebst die Handelbank, Junge. Ich heb die... Wo jemand... Da sitzt jemand drauf, der mit der Handel trainiert und ich heb die Banken mit dem Typen, der trainiert so, während der trainiert. Komplett übertrieben. Äh, Sheet. Oh, hab ich keine Schweine mehr. Komplett, Schweine. Aber echt. Oh, mach dich... Oh, nein. Okay, viel versaut, viel versaut, viel versaut. Viel zu versaut, viel zu versaut. Du bist da drüben. Geht das denn hier? Ich bin da drüben, ne? Hm, oh mein Gott, Häuser auch, ne? Oh, shit. Okay, ich hab grad jede Menge verkackt. Nice. Vielleicht kann ich dir jetzt mal zur Hilfe eilen. Ich möchte eigentlich hier zum Mapende zumachen. Ich möchte mich jetzt hier erst... Ja, ich glaub, wenn's Gautrash wird's ein bisschen zu spät sein. Spät. Ganz gestehe die Problematik, Frau Hansen. Das ist toll. Das ist echt ein bisschen blöd vom Gelände gerade. Ich versuch's trotzdem mit dem Scout Rush. Okay. Was soll schon schief gehen? Und wie viel? Alles. Ja, genau. Nicht was, sondern wie viel soll schief gehen, ist ja die Frage. Ja, genau. Ja, wie sagst du das? Mein bayerischer Freund. Alter, 924 Stunden in H2, das ist schon krass. Das ist auf jeden Fall was, ja. Oh, ich hab ein Schwein gefunden. Ach, ich dachte gerade, wieso kommt dieser Scout jetzt einfach so in meine Base, aber es war dein Scout. Ja, stimmt, ja, das bist ja du. Mir gefällt das nicht, dass die so spätfeudal sind. Ich hab ein bisschen Angst, dass die Fast Castle machen. Am besten mit so ein Fast-In, ne? So, das ist der größte Abschluss, ey. Nee, fast Castle würde mir schon weichen. Das spielen die Goten und Franken, das heißt, der Franken wird auf jeden Fall auf Reiter gehen. Oh, ja. Das ist schon fast garantiert. Aber ich hab auf jeden Fall... Oh, das hätte ich mit einem Reiter noch so halbwegs mithalten können. Problematischer wird's... Sobald die erste Burg erscheint. Ich überlege schon fast einfach, wo unsere Basen verbinden. Hast du einen Marktplatz? Dann siehst du ja, wie ich gebaut hab. Äh, noch nicht, aber mach ich gleich. Es ist doch noch nicht das DDR-Special. Ich weiß, aber es bietet sich hier einfach gerade auf der Map so ein bisschen an. Dass wir hier, dass Utwin... Du wolltest quasi von hier zu diesem Berg dort. Siehst du den, Berg dort? Und ich werde... Ich wolle vom Berg oben zu meinem Wald rüber. Okay. Dann haben wir uns quasi so verbunden auf die Art und Weise. Oh, ich sehe bei den Franken jede Menge Stadt. Der hat irgendeinen Fast Castle Shit vor, ich sag's dir. Naja, der wird gleich überwittert raus... Vor allem Forward Castle oder sowas. Mach Sperrträger. Mach Sperrträger auf jeden Fall. Na, ich glaube eher, es wird so eine Forward Castle werden oder irgendwas in der Richtung. Ist ja egal, was es wird. Es werden auf jeden Fall viele weiterkommen. Wie sich da zurückzieht erst mal. Was denn so weiter? Shit. Ich habe Holz versaut. Ich habe echt versaut, dieses Holz. Kannst du laut sagen? Wie diese eine Bäuerin, gerade noch so, während sie ein Haus baut, einfach einen Bären getötet hat, Mann. Das ist so eine richtige bulgarische Gewichtheberin. Ja, dass ich soll. Ja, dass ich soll. Rete, dass ich soll. Buh wäre. Buh wäre. Aua. Das arme Pferdchen. Ja, dass ich soll. Ja, du wäre. Warte, das ist jetzt... Ich hasse das. Hast du das, wenn kein Holz da ist, um die Felder nachzusehen? Da hast du quasi das Nachsehen, ne? Komm, das hast du jetzt so oft gebracht, Mann. Ich weiß. Aber das hat sich gerade so angeboten. Und wenn das ist eine Intervention. Ich brauche das Gold gleich, wenn ich Ritterzeit gehe und dann Handkörpern ihre machen will. Deshalb stecke ich so viel Gold. Ah, ja. Ich kann mich jetzt mal nicht erinnern, dich gefragt zu haben, aber danke für die Auskunft. Der Chat hat mich gefragt, bitch. Ah, ja. Ah, kann mich nicht erinnern, den Chat hat mich gefragt. Nee, nein, und was wolltest du da nicht so wollen? Ja, scheiße, ich weiß, ich weiß, das ist nur noch eine zusätzliche Vorsichtsmaßnahme. Aber, ja gut, okay, kann ich eigentlich, kann es trotzdem machen, ja. Gut, wenn du so viele Ressourcen gerade über hast, um das zu machen, okay. Aber... Das spätestens beim DDS Special geht es ja darum. Es ist egal, ob du die Ressourcen hast oder nicht. Der Plan gibt es vor, also wird es gemacht. Ja, ist egal, ja, das... Da hast du recht, da ist es egal. Ich werde von Sperrträger verfolgt, ah. Was sagt der Gelbe? Da habe ich ein bisschen Panic. Zu Hilfe. Zu Hilfe, zu Hilfe, ich werde angegriffen. Was kann ein König jetzt noch tun? Genau. Hihi. Hihi. Man scheitert es gerade, es scheitert an Nahrung. Noch ein Schwein gefunden, nice. Der Rote hat Stelle... Ne, keine Stelle, der hat Kaserne und Schießstände. Herr Kommissar, das merke ich mir. Ich baue auch direkt erstmal eine defensive Burg, Junge. Ich glaube, der ist leicht genervt. Ist das so? Eventuell. Ja, Goten-Spam, stimmt. Was ist gut gegen diese hohe Skale der Goten? Weil meine Toton Ignite schreddern, die hier als wäre ich ein Aktenvernichter. Oh, Aktenvernichter, ne? Als ich eingezogen bin, hatte ich ziemlich viel Papierkram, den ich loswerden musste. Und habe den Aktenvernichter von meiner Mutter mal genommen. Und, äh, tolles Ding, ja? Tolle Erfindung, so ein Aktenvernichter, echt ganz toll. Nach dem dritten Blatt oder so, hat sich da drin ein bisschen was verfangen. Und dann ist das Papier dann nicht mehr durchgegangen. Alter, ich habe eine halbe Stunde gebraucht, um mit einer Pinzette oder so da durchzustechen, damit das wieder so durchgeht, Alter. Ich habe geflucht, sage ich dir. Okay. Ich hatte schon mal einen Aktenvernichter, aber das hat uns eigentlich nicht solche Probleme gemacht. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich einfach auch nur zu dummen Aktenvernichter zu verwenden. Das war mit meinem Umzug aber daheim geblieben. Hä? Wo waren denn jetzt ein Angriffsaunt hier? Oh, gab es jetzt Angriff? Ja. So, jetzt halte ich auf jeden Fall schon wieder. Alter, der Bär, ist das so ernst? Po ab. Tatsache. Der hat das tatsächlich vor. Was hat er da vor? Eine Castle zu machen, vor meine Nase. Nix da. Da kannst du noch so sehr deine Metal-Franken spielen. Das ist mir scheißegal. Kannst mit dem Kack, kannst du mir gestohlen bleiben, aber sowas von. Ich habe das schon gleich erahnt ein bisschen. Ich ahnte ein bisschen Stein hatte gewastet. Leider nicht ganz so viel, wie es mir lieb wäre, aber er hat ein bisschen was gewastet. Oh, was ist das? Heiße. Du wärst. Du wärst. Du wärst. Du wärst. Ah ja, Sperrträger. Ne, danke. Sperrträger sollte ich eigentlich noch halbwegs hinbekommen können. Toten. Oh, da hat er ne Burg in seine Base gebaut, ne defensive Burg, interessant. Okay, ne, die kommen da nicht durch. Ne, ne, ne. Ich schau jetzt mal vorbei, Junge. Aha. Ne, tut mir leid, eine defensive Burg gibt's auch nicht. Burgen sehen hier leider aus. Burgen sind verboten. Ja. Ja, das war... Ja, das ist gut. Verreicht es? Ich lasse das hier einfach durchgehen. Ja, das kann das... Ich kann die jetzt gerne forcen. Von mir aus darf es ja aufbauen, aber die Dorfbohren dann nehme ich mit. Oh, wenn ich die ganz kurz vorher den neige, das wäre ja so lustig. Oh mein Gott, ich den neige die wirklich? Oh mein Gott, das ist ja wirklich... Das ist so richtig evil. Gut für ein Fühls. Ja. Willeck. Gut für ein Willeck. Das sind Willecks. Hier würde ich auch ein super Dorfzentrum anbieten. Ich bin eigentlich unterzeitlich, ich sollte mal expandieren. Mach das mal. Jetzt kommt er nochmal an. Ja, jetzt hat er es fertig bekommen. Shit. Aber hat er er hat keine Zinn. Meinst du Mörderlöcher? Äh, mein ich ja. ein paar Mörderlöcher. Ein paar Mörderlöcher. Ah, jetzt hat er es erforscht. Okay. Hat ihm aber ordentlich was gekostet. Vor allem an. Nerven. Ja. Nerven. Nerven. An. Dorfbewohnern. An allen. Die Kosten waren einfach nur hoch. Bei Hardwood Wind ist unterwegs. Entschuldigung, aber wenn ich, wenn ich Franken sehe mit einer Vorwartcastle, da wird es persönlich bei mir. Reicht ja nicht schon, dass da ein potenzieller... Die gingen mir da schon zu sehr auf die Eier damals. In der Vergangenheit immer. Reicht ja nicht auch, dass es zwischendurch mal ein potenziell... Warte mal. äh, potenziell Paladinspam geben könnte. Ja, das ist noch dazu. Paladinspam plus diese Kastle ins Gesicht. Töse. Ich merke der Gelbe von den Punkten. Ich glaube, dass die Schläge, die ich ihm gegeben habe, die waren... die haben gesessen. Die haben gesessen, ja. Ich habe jetzt auch ein bisschen... Ich habe den Roten jetzt einfach mal machen lassen. Ich hoffe, dass ich das jetzt nicht bereue. Der Rote war... Rote. Rote. Rote war der Rote. Mhm. In einem Falle kann ich sogar ein paar... Ich kann... Für den Fall, dass es so ein... So ein Skullsbam macht... Müssen nicht mal Totonic Nights sein. Ich könnte ein paar... Ein paar Kasernen bei dir aufbauen, dass ich Champions mache. Entweder das oder wirklich Burgen mit Totonic Nights. Totonic Nights wären eigentlich die perfekte Antwort. Oh, ich habe einen Zuschauer, sehe ich gerade. Seit wann ist der denn da? Iiiiih. Wir haben die Zuschauer. Wir haben die Zuschauer, ah. Das ist wahrscheinlich Panther, nehme ich mal an. Die alte Katze. Oh, ja, ja, da kommt die Hochskale. Okay, der neigt mir jetzt hier leider mal eine Burg. Deine Handkanoniere sollten das, glaube ich, halbwegs gut was machen können. Die haben zwar eine hohe Rüstung, aber die Handkanoniere kommen da, glaube ich, trotzdem halbwegs durch. Ah, hier drüben habe ich leider noch nicht gebaut, shit. Aber das war nur, das war nur ein Testangriff. Der wollte bestimmt bloß gucken, was ich da so habe. Der hat bestimmt noch mehr in der Hand. Na ja, die Handkanoniere fühlen sich ganz gut an gegen die Hochskale, das ist richtig und wichtig. Gut, dass ich das hier drüben gemacht habe. Du hast einen Dorfbohrer bei mir in der Base stehen. Ja, ja, da ist extra da, um dann im Falle ein bisschen was aufzustellen. Das ist wahr, das ist schön. Finde ich auch. Ah ja, hi! Klingelingeling, klingelingeling, hier kommt der Eiermann. Da, das sind meine Ritter zu langsam. Alter. Ballistik, bitte. Ich glaube, ich wohne in so einem Viertel von Gourmetköchen einfach. Schon wieder Gerüche oder was? So geiler shit gekocht, man. Wirklich ohne Witz. Ich habe sowas selten gerochen und es ist so geil. Hm. Boah, ich bin haust. Belastet mich psychisch. Ah, der baut jetzt hier was, der baut ein Marktplatz am besten irgendwie mal dahin noch, dass die, weil aktuell gehen, die kann den Weg lang, der nicht gewohlt ist bei uns. Wo soll ich den hinbauen? Äh, so, so in etwa hier, da dürfte die Linie etwa geradewegs hinter unsere, obwohl ich glaube, was auch helfen könnte, ja, ich mache einfach mal das, das Tor hier weg. Dann kommen die da nicht mehr lang, da müssen die hinten langfahren. Stimmt. Ich baue jetzt aber auch nochmal einen Marktplatz hier hinten, damit die noch weiterlaufen müssen. Der baut jetzt schon eine Waffenschmiede bei mir. Ich gehe da jetzt mal offensiv. Ich habe da keinen Bock auf eine böse Überraschung gleich. Jetzt habe ich auch gesehen, dass Reha erschossen. Oh mein Gott, ich bin so ein böser Mensch. Oh ja, oh ja, da ist eine Streitkraft. Aber ich mache den so platt, man, diese Goten, die haben absolut keine Chance, man. Mit ihren Stahlschilden haben die gegen meinen Schießpulver keine Chance, man. Ja, dann geht es sogar mit den... Ja, ich glaube, dann sollten die mit ihrem Infanteriespam nicht weit kommen. Weil ja, Handkanonniere sind Anti-Infanterie, da kann der noch so viel... Die sind auch nur normale Huskale, also mit Elite-Upgrade könnten die vielleicht ein bisschen problematisch werden für die Handkanonniere, aber so geht das eigentlich mal locker. Oh, da kommen Franken. Oh, die Franken mischen sich ein, aber ich glaube, die sollst du mit deinen Kanonieren auch zerschreddern können. Ja, easy. Der hängt doch gerade ein bisschen fest in dem Zeithalter hier. Das war... Buh-Were... Ja, das ist toll. Buh-Were... Böhm-Bitches. Böhm-Bitch, get out of the way. Ich stelle mir gerade vor, wie ich Karl IV bin mit so einer richtig geilen Sonnenbrille, Alter. Böhm-Bitch, get out of the way. Learn to play, B-Bitch. Warum fahrt ihr denn außenrum, ihr dummes Idioten? Anyway. Mann, mich nervt es, dass der Franke sich hier jedes Mal einmischt. Geh da mal weg, ich kämpfe gegen den Goten hier, Mann. Die Ansage hat gesessen, Mann. Die Ansage hat gesessen. Haben die parallel zurendert? Ist das... Aber das war so dermaßen gleichzeitig. Kann das sein, dass es ein Spieler ist, der zwei... Das wäre richtig krass. Nee, das glaube ich nicht. Wir werden einfach nur super zufällig gleichzeitig gerade zurendert haben. Das kann auch sein. Schade, ich hätte jetzt gerne noch... Ah, ich meine, der hat sich jetzt tatsächlich meine Richtung ein bisschen vorgebaut. Das hätte noch ein cooles Battle, aber ja, ich hätte den da glaube ich wirklich dann weggewischt, weil da ist er noch nicht mal... Jetzt ist er gerade frisch imkt gewesen, aber er hat nicht die Wirtschaft gehabt, das zu unterstützen. Wirklich. Ja, und ich habe... Du hast den Goten, natürlich, ich werde auch ganz gerne durchgeschnittert, aber ja, mit deinen Schießpulver-Einheiten bist du eigentlich auch ein guter Counter gegen die Goten. Da konnte er nicht viel machen. Ja. Ja, gut. Ja, ich glaube... Jetzt sind wir bei knapp über eine Stunde. Ich glaube, das passt. Noch ein weiteres Match-Wand ist übertrieben. Wir wollen ja noch... Wir wollen ja noch unser KI-Special machen. Ja gut. Dann schauen wir uns noch die Statistik an. Team Zufallskartner. Wie einfach in allem besser war, außer in der Technologie. Du hast in der Runde echt gerockt, muss man sagen. Aber ich bin auch in Ruhe gelassen worden. Ich glaube, wenn ich nicht in Ruhe gelassen worden wäre, wäre es vielleicht anders gewesen. Also, ich finde es halt cool, wie viele... Also, ich glaube, das wären auch wieder ziemlich starke Gegner gewesen. Hätte der ihr Spielplan funktioniert. Also, okay, der gute, dass er mit seinem Spam bei dir auf Granit beißt, das hat er wahrscheinlich nicht erwartet. Aber der Franke... Seine Vorwartkastler habe ich ihm denied und ich habe mir am Anfang einiges an Dorfbohren weggeklaut. Wäre das nicht passiert, hätte der mir auch ziemlich übel zusetzen können. Aber wie ich ihm am Anfang halte wirklich. Die ist super ausgeglichen. Die ist richtig ausgeglichen. Ich habe so eine ausgeglichene Timeline gesehen, ey. Die ist richtig ausgeglichen, ja. Bis... Ja gut, ja, man merkt einfach, wo der Punkt ist, wo der Gelbe dann nicht mehr... Wo der Gelbe dann ein bisschen zurückgedrängt wurde. Ich weiß nicht, ob das durch... Ne, durch dich nicht. Ich glaube, da habe ich ihm... Ja stimmt, da habe ich ihm seine Castle denied. Seine Castle, die er sich bei sich aufbauen wollte, fast. Und er hat halt richtig viele Dorfbohren reingesteckt. Er hat richtig viel dadurch verloren. Ansonst... Und ja, dann merkt man, dass der Rote von dir zurück wurde, langsam. Ja. Wäre fast... Das war ein würdiges Ende. Wäre auch interessant gewesen, wie es andersrum gewesen wäre, wenn ich den Guten gehabt hätte und du den Franken. Aber... Ja, so passt das eigentlich auch. Aber dann wäre... Ich glaube, hätte der Franke dich als Gegner gehabt, hätte er wahrscheinlich seine Vorwärtscastle machen können. Das wäre dann böse gewesen. Ja, das stimmt. Das stimmt. Da wäre ich nicht so gut gegengekommen, weil ich gar keine Reiter hatte. Ja gut. Ich hätte nur ein paar... Ich hätte nur ein paar Sperrträger. Jupp. Okay, dann würde ich mal sagen, wir danken uns so weit fürs Zusehen. Das war Folge 100. Das ist erstmal der letzte Match. So für die... Sagen wir mal, für diese Staffel. Okay, wenn jede Staffel 100 Folgen sind, das wäre ein bisschen krass. Aber für... Für... Für die... Das war jetzt mal so dieser eine Durchgang. Ich meine, wir haben ja zwischendurch ja schon mal eine Pause gemacht, ne? Als wir dann in Age 4 gespielt haben. Da war ja zwischendurch so bis Folge 40, 50. Dann hat man so eine Pause und dann haben wir irgendwann weitergemacht gehabt. Aber... Bis 45 war es. Also bis 44 und ab 45 ging es dann weiter, ja. Ah, okay. Ab da haben wir dann mit dem Droppen angefangen, ne? Ja, Wahnsinn. Genau, da hatten wir angefangen, alle Völker durchzugehen. Ich hatte mit den Wikinger da angefangen und du mit den... Stimmt, stimmt. Äh, Äthiopiern, ja. Aber gut gemacht. Dann mal vielen Dank fürs Zusehen. Und vielleicht gibt es in Zukunft mal wieder was. Ansonsten gibt es ein paar Spaces. Wir planen auch ein paar andere Spiele mal wieder durchzugehen. Mal gucken, was so kommen wird. Okay? Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Tschüss. Vielen Dank.